Hallo, du möchtest gerne dein Abitur nachholen an einer Fernschule, beziehungsweise du fragst dich, ob du das an einer Fernschule machen sollst als Ferngymnasium. Dann bist du hier genau richtig. Ich spreche darüber, ist das anerkannt, wie ist das mit der Qualität, die Voraussetzungen, wie lange dauert das Abitur, wie viel kostet dich das und was sind so die Erfahrungen und die Vor- und Nachteile bei einem Online-Abitur an einer Fernschule. Heute fangen wir direkt mal an mit der Frage, sind Fernschulen anerkannt, sind die staatlich anerkannt, wird das von Arbeitgebern anerkannt, wird das von Universitäten anerkannt und grundsätzlich sind Fernschulen eigentlich immer Privatschulen und Privatschulen haben eigentlich meistens eher einen besseren Ruf als staatliche, öffentliche Schulen und auch je nachdem, wo du gerade bist, wenn du jetzt zum Beispiel in Berlin bist und an einer normalen staatlichen Schule dein Abitur machst und du möchtest dann in Bayern studieren, dann kannst du Probleme haben, weil in Bayern erkennen die das Abitur aus Berlin mehr oder weniger an, aber die denken irgendwie, das ist halt viel weniger wert als ein bayerisches Abitur. Dementsprechend kann das vielleicht sogar besser sein, wenn du halt an einer Fernschule dein Abitur nachholst. Falls es dich interessiert, es gibt da sogar ein ganzes Buch darüber zum Thema Fernunterricht und die Geschichte und laut Inhaltsverzeichnis liegen da die Anfänge in der Antike, also zumindest hier laut Inhaltsverzeichnis von dem Buch. Ich habe das Buch jetzt nicht durchgelesen, aber vielleicht interessiert dich das, aber für dich wichtiger ist die gesetzliche Grundlage für Fernschulen und hier die ZFU, das ist eine staatliche Seite. Es gibt ein Fernunterrichtsschutzgesetz, damit dir da kein Blödsinn untergejubelt wird. Da müssen sich dann halt alle Fernunterrichtsanbieter zertifizieren lassen und werden da überprüft, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Vielleicht noch interessant hier die Zahlen der ZFU, also da sind aktuell 529 Veranstaltende, also die Fernunterricht oder Fernstudien anbieten und es gibt insgesamt 4472 offiziell gemeldete Fernlehrgänge und Fernstudiengänge. Wie gesagt, jeder Anbieter ist hier aufgelistet, das heißt, falls du irgendwelche Bedenken haben solltest, dann kannst du hier die Liste durchgehen von den über 500 Anbietern. Da sind sie alle aufgelistet und da zeige ich auch später noch mehr von dieser Website. Also es ist ganz interessant, also wie gesagt, alle Fernschulen müssen hier staatlich zertifiziert sein durch diese Behörde. Wie findest du jetzt eine Fernschule, die Abitur anbietet? Ganz einfach unten in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren mache ich Links rein zu Fernschulen, wo du dein Abitur nachholen kannst, die ich dir empfehlen kann. Da kannst du kostenlose Infopakete anfordern. Ich bekomme da im Rahmen von Kundenwerben Kunden quasi ein paar Euro, wenn du da so ein kostenloses Infopaket anforderst. Du kannst da auch jederzeit starten, also bei normalen staatlichen Schulen kannst du ja nur zum Schulanfang meistens starten. Da kannst du quasi jederzeit starten und vier Wochen lang kostenlos testen, beziehungsweise hast du eine Geld-zurück-Garantie. Also je nach Anbieter ist das vielleicht ein bisschen anders, aber meistens kannst du das vier Wochen lang kostenlos testen. Also ist vielleicht eine super Sache. Aber natürlich kannst du dir ja auch die staatlichen Schulen mal anschauen. Empfehle ich auch. Also ich habe auch andere Videos gemacht zum Thema Vollzeitschulen und Abendschulen, kannst du dir anschauen. Und auch zum Thema Abitur überspringen. Grundsätzlich viele Leute nach der Ausbildung. Zum einen denken die sich jetzt noch 50 Jahre im Job arbeiten, bis zur Rente ist vielleicht nicht so super. Also da will man vielleicht mehr Zukunftsaussichten haben als halt dasselbe, was man jetzt so in der Ausbildung gehabt hat. Vielleicht ist auch das Fachgebiet nicht so ganz so deins. Also vielleicht willst du dich da beruflich auch umorientieren. Ging mir damals auch so. Ich habe damals, also ich habe vor 20 Jahren mein Abitur nachgemacht an der Vollzeit-Tagesschule. Da gab es glaube ich jetzt diese ganzen Angebote von den Fernschulen noch nicht so. Also da war ja das Internet noch in den Anfangsschulen. Und grundsätzlich kannst du auch, egal wie alt du bist, kannst du dein Abitur nachholen. Also wenn du über 18 bist, egal ob 30, 40, 50, 60, 70, 80, kannst du jederzeit dein Abitur nachholen oder halt andere Weiterbildungen machen. Die Voraussetzungen, also bei staatlichen Schulen, da gibt es halt viel mehr Voraussetzungen. Weil meistens sind die Schulen dann halt nur ganz spezifisch darauf ausgelegt, dass dann jemand von einer Realschule mit entsprechendem guten Abschluss dann da sein Abitur weitermacht. Aber bei Fernschulen, da ist das ganz anders aufgebaut. Also da wird das ein bisschen individueller gestartet. Das hat halt viele Vorteile. Also wie gesagt, also du brauchst jetzt nicht unbedingt einen Realschulabschluss, vielleicht auch keine Ausbildung. Du solltest wahrscheinlich über 18 sein, aber ansonsten gibt es da halt sehr wenige Sachen, die du brauchst. Vielleicht, wenn du irgendwelche Förderungen möchtest, da gibt es dann wieder andere Voraussetzungen. Aber ich gehe jetzt hier nur darauf ein, welche Voraussetzungen es gibt, um dein Abitur an einer Fernschule zu starten und dann abzuschließen. Wie lange dauert das Abitur? Also öffentliche, staatliche Schulen, Vollzeitkollegs und Abendschulen und Abendgymnasien, da dauert das halt klassisch drei Jahre normalerweise in Deutschland, in den meisten Bundesländern zumindest. Sechs Semester, das ist dann eingeteilt in die Einführungsphase und die Qualifikationsphase. Und die Einführungsphase ist dann das erste Jahr und die Qualifikationsphase sind dann die letzten zwei Jahre. Wie schon gesagt, bei Online-Privatschulen ist der Einstieg etwas mehr maßgeschneidert. Es gibt dann nicht nur irgendwie drei Jahre und zwei Jahre, die unterteilen das dann etwas feiner. Also wenn du nur einen Hauptschulabschluss hast und du möchtest dein Abitur nachholen, dann haben die da ein Paket von 42 Monaten, also dreieinhalb Jahren. Und die gehen von 15 Stunden pro Woche Lernzeit aus. Also 15 Stunden geteilt durch fünf sind drei Stunden, wenn du das halt von montags bis freitags nur machst oder du kannst das halt anders aufteilen. Und du kannst es kostenfrei verlängern um bis zu 24 Monate, also zwei Jahre. Also du kannst dein Abitur in dreieinhalb Jahren machen, du kannst es eventuell auch sogar in drei Jahren machen. Nur der Preis, der verändert sich da nicht, also wenn du ein bisschen schneller bist, weil der Preis, der ist auf 42 Monate berechnet. Und wie gesagt, du kannst es dann in dreieinhalb Jahren machen oder in fünfeinhalb Jahren. Wenn du einen mittleren Schulabschluss hast oder also beziehungsweise Realschulabschluss vor mehr als fünf Jahren, also wenn das alles nicht mehr so ganz so frisch ist im Kopf, dann haben die ein Paket für 36 Monate, also drei Jahre, quasi wie in der normalen Schule auch, bei etwa 15 Stunden pro Woche. Aber die rechnen da, glaube ich, keine Ferienzeiten ein. Kostenfreie Verlängerung um 18 Monate, also eineinhalb Jahre. Also du kannst da dein Abitur dann in drei bis viereinhalb Jahren machen. Oder wenn du mehr Zeit hast pro Woche, dann kannst du es halt auch schneller machen. Wenn du einen Realschulabschluss hast, einen mittleren Schulabschluss in den letzten fünf Jahren, also wenn du jetzt gerade nach der Ausbildung bist, dann kannst du dann das in 30 Monaten schaffen, also zweieinhalb Jahren, bei etwa 15 Stunden pro Woche plus kostenfreie Verlängerung von 18 Monaten, also eineinhalb Jahren ist auch möglich. Also du kannst das dann halt auf vier Jahre ausweiten, je nachdem. Wenn du voll berufstätig bist, dann willst du das vielleicht ein bisschen ausdehnen. Aber wenn du halt vielleicht mehr Zeit hast, kannst du vielleicht sogar dein Abitur in zwei Jahren schaffen. Das sind Beispiele von Kursen von der ELS-Fernschule. Aber wie gesagt, unten in der Videobeschreibung habe ich dann alle Fernschulen, die ich empfehlen würde, aufgelistet. Wann kannst du mit deinem Abitur beginnen? Wann kannst du starten? Da gibt es einen großen Unterschied zu staatlichen, öffentlichen Schulen. Weil bei Online-Fernschulen kannst du jederzeit starten. Wie gesagt, unten findest du die Links und da kannst du dich jetzt quasi sofort anmelden, wenn du möchtest. Oder erstmal diese Infopakete anfordern. Bei normalen Vollzeit-Kollegschulen, wo du dann halt Vollzeit tagsüber zur Schule gehst, um dein Abitur nachzuholen, da kannst du meistens nur beim normalen Schulanfang anfangen, vielleicht auch im Wintersemester. Und das Gleiche gilt halt bei Abendgymnasien, Abendschulen. Da kannst du halt nur zu bestimmten Stichtagen anfangen und du musst dich da halt Monate vorher anmelden, damit die das dann halt alles mit den Behörden regeln und was nicht all. Das Problem hast du bei Fernschulen nicht. Du kannst jetzt sofort quasi anfangen. Wie viel kostet so ein Ferngymnasium, Fernstudium, um dein Abitur nachzuholen? Im Gegensatz zu einer öffentlichen, staatlichen Schule ist das halt nicht kostenlos. Wie gesagt, es ist eine Privatschule und da musst du ca. 150 bis 160 Euro pro Monat einrechnen. Also auf die Regelmonatszahl, was die da angeben. Und das kannst du dann halt monatlich da auch zahlen. Also du musst nicht alles auf einmal zahlen. Derselbe Preis gilt aber auch, wenn du dann halt ein paar Monate schneller fertig wirst. Oder wie wir gesehen haben, du kannst halt bis zu ein, zwei Jahren auch länger brauchen. Du brauchst halt einen Computer und Laptop oder Tablet und natürlich eine Internetverbindung. Oder du gehst halt irgendwo ins Café, um zu lernen. Kannst du auch machen. Oder eine Stadtbücherei oder ich weiß nicht, wo man überall Internet findet. Aber heutzutage sollte es kein Problem sein. Dann, du hast keine Anfahrtskosten. Also kein Zeit und Geld für Anfahrt geht weg. Ich bin damals zu meiner Schule, war ein bisschen weiter weg. Da brauchte ich immer eine Stunde eine Richtung. Also das heißt, ich habe jeden Tag zwei Stunden quasi verloren. Beim Ferngymnasium kannst du dich einfach zu Hause einloggen und kannst sofort starten. Und es gibt auch diverse Förderungen. Also hier diese 150 Euro pro Monat. Also es gibt da diverse Fördermöglichkeiten. Und wie gesagt, diese Infopakete, die die anbieten, da erläutern die das normalerweise auch. Oder dann kann man sich da nochmal separat beraten lassen. Aber die haben dann halt alle Infos, weil die wollen halt ihre Kunden so gut wie möglich beraten, damit man sich dann halt für die Fernschule entscheidet. Wie sieht so ein Stundenplan aus? Grundsätzlich kannst du natürlich bei einer Fernschule lernen, wann du möchtest. Also ich habe das hier mal orange gekennzeichnet zum Lernen. Also du kannst theoretisch hier Teilzeit, Vollzeit arbeiten oder so. Manche Leute lernen vielleicht lieber frühmorgens, manche in der Mittagszeit, manche abends, manche lieber am Wochenende. Also da gibt es dann viele Optionen. Und hier Abendschule im Vergleich, also Vollzeit arbeiten und dann zwischen 5 und 22 Uhr circa noch unter der Woche dann zur Schule. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Und die Abschlussquoten, also es gibt viele Leute, die dann aufgeben. Also die Abschlussquoten, die sind dann nur bei 25, 30 Prozent, weil die meisten Leute, die halten das stressmäßig und so nicht aus. Und ja, theoretisch haben die dann am Wochenende vielleicht Freizeit, aber da muss man ja auch dann noch lernen und Haushaltssachen und so weiter und so fort. Also Abendschule ist definitiv super stressig. Im Vergleich Vollzeitabitur an einer Kollegschule sieht super aus. Von 8 bis 14 Uhr zur Schule gehen und dann Freizeit lernen neben dem Job. Also wie damals auch vor deiner Ausbildung oder vor Arbeitszeit. Aber du kannst dann natürlich auch sehr wenig Geld verdienen, was dann halt auch viele Nachteile hat. Schauen wir uns mal die Vorteile an. Jederzeit sofort starten, keine Wartezeit. Also Wartezeit war für mich damals auch ein Riesenproblem, wo ich mein Abitur nachholen wollte. Also es ist super lästig. Dann, ja, wie gesagt, vier Wochen kostenlos testen. Kostenloses Infopaket gibt es da halt mit allen möglichen Infos. Du kannst Vollzeit, Teilzeit, Wochenenden, Ferien lernen oder arbeiten. Also wann, wie du willst. Also ich denke, Vollzeitarbeiten ist echt hart, aber vielleicht kannst du mit deinem Arbeitgeber reden und dann halt nur 30 Stunden die Woche arbeiten oder nur 20 Stunden die Woche. Da verdienst du dann trotzdem noch viel mehr, als wenn du jetzt Vollzeitabitur machst und dann nur einen Nebenjob hast und hast dann auch viele weitere Vorteile. Ja, also wie gesagt, Vollzeitarbeiten ist möglich. Du entscheidest das Lerntempo. Wie gesagt, du kannst das ausdehnen um bis zu ein, zwei Jahre. Jede Unterrichtseinheit wurde von Experten erstellt und staatlich geprüft. Also die Lehrer von staatlichen öffentlichen Schulen, die, ja, also manche sind gut, manche sind schlecht. Ich habe da auch viele schlechte Erfahrungen gemacht. Und das Problem hat man dann normalerweise an der Privatschule nicht, weil da sind alle Unterrichtseinheiten wirklich von Experten erstellt und sollten super sein. Also da hast du keinen schlecht gelaunten Lehrer, der überhaupt keinen Bock hat, dich zu unterrichten. Auch überhaupt gar nichts erklären kann, hatte ich leider auch. Ja, das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Dann Online-Arbeit und Weiterbildung ist die Zukunft. Also hier in Corona-Zeiten, ja gut, da gab es sowieso keinen Präsenzunterricht an Schulen. Homeoffice ist besonders beliebt und auch viele Firmen, die setzen halt auf Weiterbildung über Webinare und Online-Weiterbildung. Keine Anfahrt und Rückfahrt, also Zeit, Geld und Sicherheit. Also bei Abendschulen besonders wird er dann halt abends um 22 Uhr noch von, je nachdem, in welcher Gegend die Schule ist, nach Hause willst mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dann halt auch die Sache mit Covid-Krankheit, Unwetter und so weiter und so fort. Keine Vertretungslehrer, kein Unterricht verpasst. Wenn du auch mal krank bist oder so, dann an der Fernschule verpasst du halt nichts. Das ist total individuell an dich angepasst. Und dann halt die Nachteile, ja, du musst halt zahlen. Für eine Privatschule ist die Frage, wie viel dir deine Bildung und deine Zukunft wert ist. Aber du kannst die Kosten natürlich auch komplett steuerlich absetzen. Und es gibt vielleicht diverse Förderungen oder Bildungsgutscheine, die du bekommen kannst. Dann, ja, Mitschüler gibt es nur online, aber du hast halt auch keine nervigen Mitschüler, die dich vielleicht dann vom Unterricht ablenken würden. Benötigt eventuell mehr Selbstdisziplin, vielleicht kannst du dir irgendwie einen privaten Coach organisieren, vielleicht Eltern, Freunde oder deinen Partner oder Partnerin. Also wie gesagt, keine seltsamen Lehrer, die ja mehr oder weniger gut erklären können. Also grundsätzlich, meine Theorie ist, es gibt 50% gute Lehrer und 50% schlechte, aber du kannst ja dann nicht aussuchen, in welchem Fach du welchen Lehrer hast. Hier habe ich mal recherchiert bei einer Schule. Das ist eigentlich, dazu muss ich sagen, das ist eigentlich eine Schule, wo man Realschulabschluss nachholen kann. Aber ich dachte, das ist ein super Beispiel. Da habe ich einen Vertretungsplan gefunden, hier von Januar 2024 und da fallen zehn Lehrer aus und der Unterricht wird komplett abgesagt. Das sind halt staatliche Schulen. Also da verpasst du dann eventuell super viel wichtige Inhalte und das passiert halt bei einer privaten Online-Schule nicht. Also da wird dann ganz genau nachgehalten, was du gelernt hast und was du nicht gelernt hast. Und dann hast du halt auch hinterher im Abitur keine Wissenslücken. Ja, das kann viele Vorteile haben, glaube ich. Grundsätzlich sage ich immer, alles anschauen. Also du kannst auch bei den Volltagsschulen, wo du dein Abitur nachmachen möchtest, kannst du mal sagen, könnte ich mich mal in den Unterricht setzen. Ich störe auch nicht. Schau es dir einfach mal an. Am besten natürlich in den Fächern, wo du dann hinterher deinen Leistungskurs machen möchtest im Abitur in der 12. und 13. Klasse. Aber auch bei den Abendschulen kannst du mal hingehen, kannst du mal gucken, wie kommst du da hin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto und wie kommst du dann wieder zurück und wie ist das alles? Wie ist die Schule? Gefällt dir das oder nicht? Und die Online-Schulen, die kannst du natürlich auch ausprobieren. Wie gesagt, vier Wochen kostenlos und das kannst du jederzeit starten. Da musst du nicht vorher irgendwo anrufen und Termine vereinbaren. Kannst du jederzeit starten. Grundsätzlich wünsche ich dir viel Glück und drück dir die Daumen. Grundsätzlich ist es eine super Idee, dein Abitur nachzumachen. Und vielleicht interessiert dich noch mein Video zum Thema Studieren ohne Abitur. So geht es. Dazu habe ich ein separates Video gemacht. Und falls dich das interessiert, schau einfach in meinem Kanal rein. Ich drücke dir die Daumen für dein Abitur, egal wie du jetzt dein Abitur angehst. Ich drücke dir die Daumen für dein Abitur, egal wie du jetzt dein Abitur, egal wie du jetzt dein Abitur, egal wie du jetzt bist.